Ja, für mich war es ja sehr wichtig, dass ich jetzt wieder einsteigen konnte ins Training. Ich habe viele Einheiten mitgemacht, auch individuell hier gut arbeiten können. Also von dem her, fürs persönliche Fazit war es sehr gut für mich. Ich glaube, das ist situationsbedingt auch, wie ich mich fühle, wie die Fitness bei mir ist. Ich denke schon, dass ich einige Spiele auch durchgespielt habe. Da kommen noch ein paar Spiele, die ich über die volle Distanz demnächst mache. Naja, erstmal ist es sowieso wichtig, glaube ich, mit Leistung auf dem Platz voranzugehen. Das ist das Entscheidende. Und natürlich bin ich auch immer einer, der, wenn es was zu sagen gibt, dass ich das dann auch anspreche. Und sonst bin ich, glaube ich, ein entspannter Typ.